recht herzlich willkommen zur 34 folge von avorion ja ich bin herum geflogen haben noch drei titan astroiden abgebaut und können jetzt weitermachen ich hätte sogar noch vierten abbauen können dahinten ist nämlich noch einer hammer oder so was sagt denn diese station jetzt hier schwarzes brett lieferung platin liefer innerhalb von 20 minuten 79 platin irgendwann so viel geld haben wir leider nicht die müssen wir anzahlen ok 24 das ist das doppelte von dem was wir haben das ist schade das zweite ist liefer innerhalb von 30 minuten als wir hierher okay ich weiß gar nicht wo wir die arzneimittel herkriegen sollten müsste man dann gucken kupfer edelmetall arznei warenfabrik wow da wäre das ne müsst nur ein tor zurückfliegen wahrscheinlich dann lass uns doch mal gerade schauen aus der map noch mal raus schwarzes brett innerhalb von 30 minuten da jetzt waren hier du bekommst den doppelten preis für die ware plus einen bonus ist die frage ob ich mir das leisten kann ob ich 100 300 das ist ja eine belohnung die richtig krass ist und das kosten aber 100 als neu waren das ist die frage kann ich die kaufen das müsste man jetzt wissen was ist das dahinten ressourcen depot materialhandel nicht das titan verkaufe krieg sechs credits dafür sechs mal fünf sind 30.000 das werden 5000 verkaufen die könnte ich aber wahrscheinlich auch in dem anderen warte mal dass man noch mal die karte aufrufen gibt es denn der ressourcen depot hier ja gibt es auf jeden fall auch die könnte ich auch da verkaufen wenn wäre das immer so wenn ich wagt denn ich gewinne aber ich weiß nicht warte mal was haben wir so das ist ja auch cool da kann man mal hier kann man nicht er will das dann nicht machen was haben wir denn noch so an anderen teilen schiffsmenü nehmen ist mein oder können wir einiges verkaufen und dann haben wir auch wieder kohle oder wir können da nur einen einsetzen was haben wir denn hier dran hinter schützt batterie upgrade quantum hyperraum upgrade was haben wir hier denn alles so schild booster schild wieder aufladerate markierungsreibe was er findet und markiert alle interessante objekte eine meldung wenn interessante objekt gefunden das müsste ja dahin wertvolles objekt gefunden kaum drinnen schon gefunden die frage dass man gerade die zwei ausschalten wo ist das wertvolle objekt radar upgrade energie nach schildkonverter höchstgeschwindigkeit sicherungs kurzschließer umgeht die sicherung für die höchstgeschwindigkeit aber leckt energie von einem generator wow ok verbessert das handelssystem zeigt preise von gütern zeigt preisratios von gütern zeigt alle handelsangebote von stationen im sektor wow schild widerstandskraft schild booster noch einen aber den hat man ja schon hier in besserer ausführung ne der natürlich dingens hier 0,9 gigawatt stromverbrauch entschuldigung so scanner upgrade sind reichwertes 61 energieverbrauch radar upgrade geschützkontrollsystem antriebs upgrade antriebs upgrade geschützkontrollsystem 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 geil oder batterie batterie sind die 47 60 was haben wir denn da drinnen 56 da können wir auf jeden fall der 60er reinbauen dann das wäre dann schon mal definitiv besser ne äh was war das jetzt was da gerade buff gemacht hat irgendwie hat irgendwas kaputt gemacht oder äh oh der versucht da anzudocken oder wie sehe ich das und der ist dabei kaputt gegangen da unten ist ein brocken ok gut wir raten greifen den sektor an das heißt wir sind erstmal weg äh ich sag aber auch gleichzeitig hier nochmal f schwarzes brett und koste was es wolle wir nehmen das ding an wenn nochmal pech gehabt so jetzt müssen wir zu einem südwest tor ne wo ist das südwest tor bestimmt das da hinten ne das ist das südwest tor zack da mal schnell hin mal gucken wie wir da rein kommen ne vielleicht ein bisschen daneben her steuern ich glaub von der richtung her ist das immer egal ich hab natürlich die falsche seite erwischt aber ist jetzt auch egal so ich glaub wir driften grad etwas stark so da schnell rein hat geklappt so dann arzneimittelfabrik gucken was ist das ach ach ne arzneimittelfabrik f güterhandel maximal 2680 credits fehlt ein bisschen ne aber da können wir ja mal hinfliegen und können erstmal gucken was wir da kriegen für das geld oder das ist ja nicht weit weg hier irgendwo müssen wir andocken ich schätze mal da oben da ist eine docking station ja ist auch so ziemlich nahe da 4000 drei zwei kilometer ich habe Angst dass ich da rein knalle 3200 ein bisschen näher noch geht nicht mehr hat schon geklappt so f handel kaufen wir brauchten mal 100 ne was sagt er du kannst nur ich kann mir nur acht stück davon leisten alles klar kaufen wir die achte doch ok das heißt wir müssen jetzt definitiv die dingens sag schon die arzneimittel kaufen indem wir die anderen klamotten verkaufen einmal durch jetzt kommen auch schon fremdartige schiffe hierher so wo kann ich hier das kollektor ne den astroiden wollte ich nicht ich wollte die station die da ist carbon ressourcendepot 24 komm zack schnell das war der schnell andocker und das verkaufen wo sind die docking ports bitteschön warum man nicht geht so oder was super hätten wir aus der ferne wahrscheinlich machen können material handel 567 die verkaufen wir schon mal komplett du musst zum handeln andocken doch aber da sind doch keine docking ports da alles klar alle auf anderen seite so da kann man doch handeln verkaufen verkaufen 3000 noch was die kaufen jetzt 4162 von dem zeug jetzt haben wir nochmal das sind nochmal 8 oh oh das wird mit der halben stunde ja gar nichts wenn wir so weitermachen ja so das lass weg dahinten ist voll der kampf zugange das ist ein frachter was ist das da für zeug auch titan ok hier gibt es ganz viel titan so jetzt müssen wir nur schnellstens mal gucken da oben kristall farm ok das ist ein tor was ist das da das war die arzneimittel verbrücker ne vier jetzt haben wir ja natürlich nix wo wir sag schon was verkaufen können was kollektor du glaubst es jetzt nicht ne oder hier im wasserstoff chlorflur was haben wir denn wir hatten auch irgendwas auf dem schiff drauf ne oder metallplatten haben wir Sauerstoff haben wir ja hm war wohl doch nicht so eine tolle idee so einen auftrag anzunehmen biogas die müssen wir in 20 minuten irgendwo hinbringen ok jetzt haben die im schwarzen brett stehen noch tja ich glaube wir werden diesen auftrag nicht erfüllen können gaskollektor warte mal lassen wir auf karte gucken dann sehen wir doch was hier drin ist hier kann man nur das ressourcendepot sind wir dran hier kann man nur das ressourcendepot sind wir dran und mehr können wir nicht verkaufen super oder die haben auch keinen auftrag das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen ne das brauchen wir jetzt nicht nordost tor also was ich jetzt tun würde ist da gerade mal rüber fliegen und gucken dass wir da wenigstens die achte weg werden kriegen vielleicht kann man auch teilweise das machen und so geld kriegen das weiß ich nicht das müssen wir jetzt mal schauen jetzt haben wir keine energie mehr kommen durchs tor schnell das nächste problem keine energie mehr wenn wir mindestens eine erfahrung machen können ob man teil einlösen kann das wäre ja schon mal richtig aber wo ist in dem grusel ja ja die fronk platin haben wir nicht warte mal das muss ja hier entstehen haben wir nicht weg damit wo ist diese diese saß auch nicht die war es auch nicht ne nein da oben muss nur eine sein die war es schnell da mal hin unser antrieb geht leider noch nicht der regeneriert sich auch gerade ganz schlecht geht leider nicht komm schon kurz warten dass es mehr wird jetzt wird es mehr ne geht trotzdem noch nicht an ich dachte es geht an so müssen wir erst docken damit wir achte verkaufen können das dauert zu lange dass wir den auftrag gleich verloren haben brauchen wir also auch nicht drüber denken das funktioniert nicht wir sind aufgetaucht super nicht nur was hin ich glaube nicht wenn Drücken wir. ok komplette war muss man also abliefern geht nicht einzeln gut dann können wir gerade noch gucken glaube dass bei ihr mission oder 17 minuten aber noch ich weiß gar nicht was für uns da ist wenn wir das nicht machen so haben jetzt kein ressourcen der pro hier haben wir irgendwo anders 1 da ist ein ressourcen für bruder aber auch 1 ja das ist jetzt das problem ressourcen der pro jetzt gibt es hier keine möglichkeiten irgendwo was zu verkaufen meist war halbleiter position und ressourcenfabrik handelsdepot gibt es hier gerade in der ecke nicht ist auch klar kannst du nur da entspringen jetzt gerade mal gucken ob da was ist so was ist hier ein schiff aber ja das hat jetzt gar nicht gebraucht gut das bedeutet da wieder hin dann können wir das vergessen mit dem ding ins da ist eine waffenfabrik springen wir dahin das dauert nur 453 sekunden alles klar ja gut okay dann würde ich aber erst mal sagen soll es für die folge auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann